I lost Reavers. Es war jetzt ja eine kleine Weile, dass das Spiel immer weg war, aber in der Zwischenzeit gab es ein Update und wir sind auf einer neuen Karte. Cyrus ist diesmal wieder auch dabei. Jo, ist er. Weiterhin nicht zu hören, aber im Spielgeschehen greift er direkt ein. Jetzt müssen wir nur noch diesen Ladebildschirm abwarten. Da sind wir, der neuen Karte, mit dem wunderschönen Namen Dämonenschloss. Ich habe sie selber noch nicht gespielt und ich bin mal gespannt, was es hier so gibt. Oh, die sehen aber gar nicht aus wie Dämonen. Was ist das denn? Die sehen ja cool aus. Die sehen aus wie dicke Gollums. Vielleicht gibt es irgendwie... Dicke Gollum mit Unterhose. Dicke Gollum mit Unterhose ist das. Ah, ne, hier gibt es Schützen. Die können auf dich schießen. Das könnte der Grund sein, dass du Schaden nimmst. Vielleicht hast du keine Verzögerung. Bei mir stehst du nur rum. Und jetzt schlägst du die Wand. Das Schöne ist, ich habe heute überhaupt keine Verzögerung. Voll gut. Ja, achso, du machst dir keinen Schaden. Ich mache auch keinen Schaden. Ich habe den meistens noch mal Kro in dem Jahr. Ich habe gerade 900 Schaden mit einem Schlag gemacht. Voll krass. Und da hinten ist ein Generator. Der muss zerstört werden. Ich habe jetzt eine neue Nahkampfwaffe. Nämlich einen Schreck. Ich habe vergessen, dass ich vor ungefähr 3-4 Wochen ungerüstet habe, als das Update kam. Und ich mit dem Update halt... Stahl-Erz. Auch wenn die Leute, die ich mich hören, kannst du mich auch zu Ende erklären lassen. So, wir können zum Schreffpunkt. Ähm... Es gibt hier aber schon mal nur einen. Ich will ja keinen... Ich will den Boss diesmal nicht machen, weil... Ich glaube nicht, dass wir es schaffen würden. Äh... Kommst du? Du bist... Weil bei mir stehst du hier rum. Vielleicht ist es aber auch meins. Obwohl, nee. Gar nicht. Mega Lucario Junior, der noch mal mit ist. Ja, ich kann ja kämpfen. Ja, bist du auch. Für mich auch. Ja, okay. Okay. Also... Wer für die ist jetzt nicht ganz verstanden haben, was passiert ist... Das blaue Ding hier ist jetzt... Oha, warum habe ich Schaden genommen? Ich scheine auch ein bisschen hinterher zu länger, aber egal. Also, Cyrus hatte eine schlechte Internetverbindung und musste sie deswegen nicht kurz zurückziehen. Deswegen ist da jetzt nur noch ein blaues Flämmchen, das uns folgt. Da hinten. Uh... 613 Schaden. Das ist ein bisschen blöd, wenn du hier bist und zu zweit noch ein bisschen... Ey... Kannst du mich eigentlich jetzt noch bewegen, oder...? Ich bin halt immer noch nicht ganz gesund. Bei dir? So, sowas können wir auch mal festlegen. So, in der Ferne, dass es hier denn ist... Was ist das denn? Ich muss mich in dein Schild einbecken. Auch interessant. Oh, gerade so geschafft. Oh, ich konnte nicht angreifen konnten. Ja, gut. Gut, dass du mich auch nicht spoilerst. Ja, dann werde ich nämlich sauer, wenn man mich spoilert. Was macht mir denn hier Schaden? Du? Alter, diese blaue Flamme macht mich halt... Ich habe gedacht, das willst du! Aber nein, hier sind so blaue Lichter. Ich habe gedacht, du wärst dieses blaue Licht. Es flugt so eine blaue Flamme rum. Aber das... Ich habe... Ja, weil du mich vorhin ausgelachtest. Ich habe gedacht, wieso wirst du jetzt dargestellt? Sorry, ich hatte das noch nie, dass ich ihn ausgabe. Das ist ein bisschen schöner aus und völlig. Das macht das auch so Sinn, was mir da Schaden gemacht hat. Ich habe noch nicht viel Leben. Aber die hauen einen auch direkt hoch. So, wir können weiter. Das ist gut. Ach, da bist du. Ich habe gedacht, du wärst jetzt noch hier in der Mission drin. Ich glaube, ich habe verstanden. Du kannst dich noch bewegen. Oh, ich glaube, wir sind beim Relikt. Ja, ja, wir sind beim Relikt. Oh, mach ich weniger Schaden, als ob ich es am Anfang an ist. Man guckt gleich in seine Hand. Ich muss das bitte. Ich muss das von dem Gerät ablesen. Oh, 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 oh und K.O. gegangen. Zack, muss ich dir mal heilen. Auf einmal mache ich auch wenig Schaden. So, ich hab's wiederbelebt. Jetzt mach ich das Ding hier mal fertig. So. Uh, ohne mich. Jetzt ist sie schon wieder am Boden. Oh, aber Puh. Das war eigentlich natürlich nicht so. Aber aufpassen muss ich wohl. Bis auf mich, weil jeder in dieser Mission ist schon am Boden. Meli, du kannst dich hier heilen. Ja, du bist zwar schnell wiederbeleben, ich hab's jetzt aber auch schon zweimal geschafft, wieder zu beleben. Ja, gut, das ist vernünftig. Er erzählt mir gerade, was du nicht mehr kennst. So. Ah, gut abgeschossen. Ja, toll. Da kannst du mich natürlich auch schlecht schützen. Ja, so gut. Wenn ein Griff kann man halt die verwendete nicht so gut schützen, weil in dem Spiel kannst du nicht gut zu springen. Nicht wirklich. Wie heißt der denn? Der, die Person, die ich halt wieder nach dem Pokémon belangen kann. Hm. Wieso mache ich denn das noch mal so wenig schlafen? Ich hab's doch schon viel mehr schlafen. Ah, öh, das hat mir schlafen. Ach, so viel mehr schlafen. Und. Oh, ach so, weil meine Waffe fast kaputt ist. Ja, das stimmt wohl. Aber das hat, das gab's schon bei zu Fire Emblem-Zeiten. Das konnte ich auch mal unter den neuesten Trennspiele. Fates. Das finde ich sogar richtig cool. Auch wenn mein Hauptcharakter sowas nicht überlevelt, was wir gut haben. Und ich versuche tatsächlich, es über die anderen zu trainieren. Oh, sie hat eine andere gerne Waffe abkirrt. Ich hoffe, meine Waffe geht jetzt nicht irgendwie kaputt und verschwindet dadurch. Das ist ja. Ich glaube, wir sind jetzt fast am Ziel. Weil ja, Rampoon weiter gegen die Musikanlage läuft. Müssen wir denn Dämonen, den wir besiegen? Oh, ich traf mich, ich traf mich. Ja. Und ja, der kann auch Feuer spielen. Oh, er kann sich teleportieren durch Rauchbomben. Das ist das für die Idee. Das muss ich sagen. Wo ist er denn? Klappe. Ja, wir sind da drin. Ja, genau. Kannst du mal sehen, aber... Okay, von weißen Flecken. Ich wurde gebarbt. Von weißen Flecken muss man Angst haben. Okay. Ein Lektion fürs Leben. So, ich regenerier mal ein bisschen. Ja, das läuft doch momentan auch, oder? Das geht dann. So, ich bin schön. Ich hau ihn die ganze Zeit einfach mit meinem Schwert um und er kann gar nichts machen. So, jetzt kommen wohl weiße Flecken. Ey, wenn du jetzt das Relikt nimmst, ne? Boah, bist du eine Dreckige. Bist du eine Dreckige? Ich glaub's ja nicht. Ich hab das Ding bis hierher geschleppt, weil sie jetzt nicht gestorben ist. Ah, jetzt bin ich in weißen Flecken. Wir sehen ja, dass ich da komme rein. Auch sie geht das denn nicht. Ich lass mich jetzt sterben, Mädchen. Oder? Vorsicht, da ist ein weißer Flecken. Da kommen Blitze runter. Wie in Mario Kram. Oh, ich bin so. Was ist denn alleine in der Dreckige? Oh, das ist nicht schlecht. So, wir haben diese Mission zu zweit geschafft. Ist auch gut. Das war meine erste Level 15 Mission. Das ist ja unglaublich. Unglaublich ist das. So. Ich hab natürlich ganz viel schönes Zeug eingesammelt. 430 Erfahrungspunkte. Das ist nicht viel. Das ist ein Drittel Level für mich momentan. So. Das ist, äh, Mission ist beendet. Kannst theoretisch wiederkommen. Ja. Aber hier ist es nicht normal. So, ich füge meine Heilung auf. So, die auf 10 bringen. Die auf 10. Oh, ich hab gar keine Muniz mehr. So. Oh, ich hab ne Nachricht. Nachricht. So, ich hab ne Nachricht. Oh Mann. Huiuiui. Heute muss ich aber ganz schön viel husten. Ach, nicht so schön. Ich muss direkt mein Wii U-Gamepad reparieren. Da ist letztens ein Glas draufgefallen, das ist total am Arsch und das ist immer schlimmer. Gut, dass dieses Spiel das Gamepad nicht unbedingt benötigt. Aber es war schon schwierig, bei Pokémon-Tag meinen Namen einzugeben. Gut, aber ich denke, wir haben für diese Folge Zeit in Anspruch genommen. Ich darf mein Kopf nicht so viel nach. Jetzt drücke ich mir das Mikrofon noch von meinem Mund weg und dann hört man mich wieder nicht. Ist nicht gut. Aber ich würde sagen, beim nächsten Mal geht es weiter und wir machen nochmal das Mondenschloss. Oh, da kommt noch jemand. Schön, dann sind wir zu viert in der Mission. Aber das wäre es beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. 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 Vielen Dank.